Lecker, schmecker, klein und rund, mit einem Schwupps in meines Mund. Meines Mund muss ich negieren, du musst schon richtig deklinieren. Das tangiert mich nur peripher, gibt das runde Bonbon her. Eines tue ich dir nach Kund, das Ding ist nämlich gar nicht rund. Denn eines hast du nicht beachtet, es ist oral genau betrachtet. Die Diskussion tue ich beenden, das Ding hat nicht mal zwei Tangenten. Laut x² und Wurzel 4 gehört die Schokokugel mir. Quadrat und Wurzel 4 am Arsch, jetzt werde ich aber wirklich barsch. Eine Kugel ist kein Hühnerei, 4 Drittel P mal R hoch 3. Einen hab ich noch, was sagst du nun? Kam erst das Ei oder das Huhn? Das Ei, das ist doch völlig klar, denn darin steckt die DNA. Jetzt hör mal zu, du blödes Schwein, ich sag's dir jetzt mal auf Latein. Zum Fui esse, jetzt gib das auf die Fresse. Kinder Klugscheißer-Bons, die kleine Schoko-Überraschung für kleine Klugscheißer.